Ich bin Detective Bruce Kenner. Heute ist der 14. Oktober 1990. Wie ist Ihr Name? John Gray. Sagen Sie mir, warum Sie hier sind. Weil ich es getan habe. Er hat alles verdrängt. Die Erinnerungen sind in ihm drin, hinter einer Tür. Wir können den Schlüssel finden und sie freilassen. So provozieren wir eine Rekursion. Es ist sehr wichtig, dass du uns alles erzählst. Die werden mich töten. Dir wird niemand wehtut. Nicht mehr. Mach deinen Kopf ganz frei. Was siehst du da? Es klopft an der Tür. Da ist eine alte Dame. Sie gehen zur Werkstatt meines Vaters. Ich höre sie singen. Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Ein FBI-Bericht. Da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, ich werde verfolgt. Hast du eine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben? Bei diesem Fall habe ich das Gefühl, es steckt weitaus mehr dahinter. Hallo. Wer ist da? Hören Sie auf zu beten und nennen Sie mir Namen. Ich erinnere mich nicht mehr. Sag mir eure Gesichter. Ich versuche, die Wahrheit zu finden. Das ist eine Riege. Das kann nicht real sein. Natürlich ist es nicht real. Die werden mich töten. Dir wird jetzt niemand mehr wehtun. Hinter dem Pendel. Was siehst du da? Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Hast du eine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben? Das kann nicht real sein. Nein!